Hallo zusammen, hier ist euer ZellosQ mit einer kleinen Ankündigung, diesmal von meiner Wii U aus. Und ihr könnt euch schon was denken, denn ich habe mir eine Elgato HD60 besorgt für meine Konsolenspiele, damit ich mal die aufnehmen kann. Sprich, in nächster Zeit werdet ihr mehr Let's Plays in dieser Richtung sehen. Und ich finde spontan mein Mii nicht mehr. Weil gerade die Aufnahme starten und dann ist es plötzlich verschwunden. Egal, das ist jetzt nicht weiter wild. Ja, egal, vielleicht bei der nächsten Aufnahme. Das ist ja erstmal eine Testaufnahme hier. Okay, dann will ich euch erstmal zeigen. Demnächst steht die Bayonetta 2 Demo an, die ich mir mit euch zocken will. Und was ich für euch mal vorbereitet habe, ist ein bisschen Hyrule Warriors, nämlich eine Testaufnahme, die ich mal für euch gemacht habe. Und ja, ich hoffe, wir entschuldigen mal kurz die Störungen beim Bildschirm sehen. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.